hallo leute und herzlich willkommen zurück zu let's play wo w mit unseren horderjäger so ich weiß gar nicht ob wir den folgen müssen ja wir haben die letzte folge in der lorder schildkürte bisschen gequestet jetzt haben wir auch eine neue aufgabe die wir hier erledigen müssen aber die sind unsichtbar ich weiß gar nicht ob wir den folgen müssen schaffte das schicksals beschaffen okay nicht töten sind die denn hin hast du die müssen wir vernichten genau so kommt noch klacken mit unseren jäger aber eigentlich schon heilung die machen wir jetzt mal ein bisschen näher ich habe kein sehen dass man öfters heilen wahrscheinlich sagt ja ich muss gestehen echt zu diesen addon ich habe noch nicht viel in diesen addon normal seit schon ein paar monate draußen ich spielte immer nur so ein bisschen ich habe kann ich weiß nicht was zurzeit unser reiz ist weiß ich nicht irgendwie derzeit heraus zu reden oder so vielleicht auch mit den anderen projekten die ich mache ich müssen uns doch nur auf ein projekt konzentrieren weil wir sehen dass wir das antworten ja um das ist so weit entfernt sagt vernichtet dass das nächste zu vernichten können wir legen auch die toten schildkröten ich brauche ein ziel das gleich verdirbtes lorgen ich habe kein ziel unser tier ich habe kein ziel derzeit sind wir ja noch an den ganzen questen zu machen da interessiert das noch nicht ganz so sagt so 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 nur blut gleich wie man besten lang ich muss zuerst etwas anvisieren tötet hier töte töte ich brauche ein ziel einmal unser tier mal so das nächste blut ich muss näher heran die zweite ok ach so dass er wird nicht voll so ist er auch besiegt ich muss zuerst etwas anvisieren kann man das schon mal schnell machen so wusste in der dem wir brauchen hierunter oder das bestimmte da war ich mal gucken ob es hier unter ist oder da ich glaube das ist über uns was wir holen müssen die schriftrolle ich brauche ein ziel wo man hier ist tot und muss man hier tut also das tier also seit wenn wir 120 sind machen die echt viel mehr schauen muss ich sagen ich kann dieses ziel nicht angreifen da ist das hier jetzt schon öfters gestorben ist das da oben ne die liegt hier übersehen das ist ein bisschen blut da ist blut ich habe kein ziel ich bin außer reichweite gleich das hier wieder mitteilen ich muss zuerst etwas anvisieren garun ist schon lange besiegt blut 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 machen wir euch auch noch mal schnell ich habe kein ziel ich habe kein ziel sehr schön so aufgabe gehen wir da hinten ab dass wir jetzt erst mal machen da ist ein schatz das machen wir doch mal irgendwann fliegen kann ich glaube fliegen kann man auch noch nicht das dauert wahrscheinlich doch bis das rauskommt hier haben sie sich durch geschlichen guten tag das sind doch auch ein schönes bild moment bevor es nächstes mal wen anders annehmen das sind schon das bild so geht nur ich habe sowieso zu tun moment uhr ja ja ich höre ja schon zu das ist ein schönes foto finde ich ist es künkt tschuldigung vielleicht gelingt es uns ja doch den vorboten von garung zu töten ich bin das ist sehr geil wir sind nach hand wir sind nach hand davon brauchen wir mal ein foto so zeigt weiter geht's da kommt er hier zack tot seid ihr zusammenkommen und weg mit euch aber hätten sind schöne viele dort nur noch die da oben an müssten wir es auch geschafft haben zusammen ja und geschafft es läuft auch noch alleine die hand wow das war echt geil so davon ist irgendein kraut das wollen wir mal schön ach scheiße falscher knopf falscher knopf so wusstet ihr was schlimm was am baum sag ich doch und da ist noch ein erz oder die nehmen wir auch noch mal mit so so gucken wir mal guten tag was denn das ist echt schon langsam besser als ne kümmer nein nein mal sehen wir es mit denen ab so hat ja lange genug genau kämpfe drei weitere aufgaben schätzen können und da kommt noch eine hand wo wollt ihr denn so schnell hin ja ja wir kommen töten mit dem dämon hunter zusammen sehr schön ich brauche ein ziel ich habe kein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren sehr schön so wollen wir mal weiter die nach oben müssen auch töten davon müssen wir vier töten ich muss nicht mehr sehr stark aus der typ so na na komm hammer ich eigentlich so haben wir was ist das hier das ist so weit entfernt totem platzieren machen wir auch da müssen wir auch viel platzieren hier mal heilen ein bisschen action werden wir so schnell killen dass wir hier schnell vorankommen wir gucken wie viele aufkommen können wir mal ganz mal kurz gucken drei von acht kapiteln erst hier wo unser tier ist tot unser tier ist tot wir müssen auch ein mehr aufpassen dass das nicht ständig stürmt könnten so viel auf tank machen habe ich habe kein ziel ich muss zuerst etwas anvisieren so haben wir sehr schön weiter geht es da sind ein paar totems die wir noch setzen können kommen jemand da oben ich muss man ja auch besiegen ich bin außer reichweite ich kann auch holen und 6 krank hat das ist doch okay weiter geht's da ist der der hat doch den lohr getötet ob das war der so haben wir das totem und da kommen jetzt ich brauche ein ziel haben wir sehr schön so ich brauche ich noch aber ich brauche auch noch jede menge na komm später ich muss zuerst etwas anvisieren so haben wir sehr schön dann setzen wir die das tote mir noch und dem braucht man nur noch ein wenn man dich auch gleich noch dazu muss die schon wieder tote ich brauche ein ziel ich habe kein ziel ich habe sogar erst gehört war was nicht voller leben man 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 hat hier in focus setzen focus ist dann sehen was besser nach setzen setzen wir uns das mal ein focus also besser einen blick ich brauche ein ziel so jetzt haben wir vier von den einstein brauchen noch die kinder von den kleinen du bist kein kleiner ist auch kein kleiner da hinten lassen da hinten sind ein paar kleine ist sind die da durchgelaufen und jetzt geht es aber auch jetzt müssen wir mal ich habe kein ziel das ist klar ist klar ist klar ja ist klar ja ist klar ja aber wir kriegen es hin damit haben wir die aufgabe müssten sie auch abgeschlossen haben ich muss zuerst etwas anvisieren sehr schön so und man mal auf wir sind ich habe kein ziel jetzt auf und dann gehen wir die aufgaben ab und die aufgaben gehen wir direkt einfach in der nächsten aufgabe der nächsten folge ab so leute wir haben das erledigt ich würde sagen in der nächsten folge gehen wir die aufgaben ab ich danke euch fürs zuschauen und freue mich wenn ihr nächste woche oder diese woche noch mal einschaltet zur nächsten folge let's play wo w mit unseren horde jäger ich danke euch fürs zuschauen auf wiedersehen und tschüss Dann 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 Vielen Dank.